Es gab einmal einen Vorfall, da waren wir gerade auf dem Rückweg vom Zittauer Gebirge und dort ist dann bei unserem Bus leider die Lichtanlage ausgefallen. Aber zum Glück hatten wir die ADAC-Mitgliedschaft, insofern mussten wir ein bisschen warten bis nachts um zwei. Aber dann kam der nette ADAC-Mensch vorbei und konnte unser Auto wieder fit machen. Aber das ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Hi, ich bin Nico. Ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Hamburg und ich studiere hier seit zwei Jahren in Berlin, und zwar Verkehrswesen. Und außerdem bin ich noch Präsident des Uni-Wander-Club Berlin. Wandern ist für mich das Entfliehen aus dieser Großstadt mit all ihrer Hektik und den Staus. Es ist einfach eine gute Gelegenheit, mal wieder rauszukommen in der Natur, um ein bisschen zu quatschen, aber auch einfach seine Ruhe zu haben und einfach mal rauszukommen und sich zu bewegen. Richtig doof am Wandern ist, wenn das Wetter natürlich nicht so gut ist. Im Grunde gibt es natürlich kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Aber wandern bei gutem Wetter, bei schwimmen Sonnsteinen macht einfach mehr Spaß.